Seit vielen Jahren setze ich mich mit ganzer Kraft und Leidenschaft für unser schönes Freiburg ein. Gemeinsam haben wir viel geschafft. Die Stadt steht gut da. Die Schulden haben wir halbiert. Es entstehen so viele Jobs wie nirgendwo sonst im Land. In Freiburg wird investiert. Die Innenstadt wird größer und bekommt ein neues Gesicht. Wir bauen neue Stadtbahnlinien, Plätze und neue Kitas und sanieren die Schulen, die Feuerwehr, die Museen und die Bäder. Freiburg ist beliebt und wächst und verändert sich dabei laufend. Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen, denn Wohnen ist die sozialste Frage überhaupt. Wachstum und Ökologie und soziale Verantwortung im Gleichgewicht zu halten, das ist die wichtigste Aufgabe für die kommenden Jahre. Für mich ist entscheidend, dass Freiburg bei allem Wandel und aller Veränderung sein besonderes Flair und seine Lebensqualität als liberale und weltoffene Stadt behält. Für mich ist entscheidend, dass Freiburg bei allem Wandel und aller Veränderung sein.